Hallo meine Lieben, ich möchte euch mal einen kleinen Trick zeigen, den habe ich selbst vor ein paar Tagen erst gesehen im Internet. Kann auch hier auf TikTok gewesen sein, ich weiß das nicht mehr. Und zwar ist es für alle Mädels ein Bürstentrick. Meine Haare sind vollkommen ungekämmt und ihr kennt sicherlich alle das Problem, dass wenn man so kämmt, nicht so gut durchkommt, irgendwo stecken bleibt. Und jetzt habe ich das gesehen. Probiert doch mal euch die Haare zu kämmen, indem ihr die Bürste senkrecht haltet. Und dann von oben nach unten. Nicht so wie sonst, wo der Stiel nach rechts geht und man dann so kämmt. Nein, so. Ihr werdet merken, ihr kommt wirklich besser durch. Ohne zu ziepen. Ist das nicht phänomenal? Manchmal ist es so einfach. Manchmal sind die Tricks und Hilfen wirklich so einfach. und bewirken tatsächlich Wunder. Also, wenn ihr nicht durchkommt, versucht so zu kämmen. Und ihr werdet sehen, es ist kein Sieben mehr vorhanden. Und übrigens nochmal, vielleicht schaut die Dame ja von neulich hier auch zu, die meinte, Ich solle mir doch bitte schön was anziehen. So wie ich hier auf meinen TikTok-Videos am Nachmittag rumlaufe, das gehört sich nicht. Ich zeige mich doch schließlich vor so, 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 so vielen Menschen. Und da denke ich, okay, es ist Sommer, ich habe ein Kleidchen an oder ein trägerloses Top. Man sieht keine Brüste raushüpfen, man sieht nicht mal einen Bauch frei, also nicht mal Bauch frei. Aber wir werden sehen, es ist kein zägerloses Top. Aber wir haben dann natürlich noch keine Brüste rausgemacht.